Halli Hallöchen meine Freunde und damit herzlich Willkommen zurück zu Rising World Es ist mittlerweile dunkel in der letzten Folge zum Ende der letzten Folge hat das Telefon geklingelt Ja äh war der Nachbar mit dem ich zusammen morgen in den Baumarkt fahr Warum läuft der langsam seitlich so langsam und dann kann ich Hä mit Schiff Ach der strafet immer so langsam ok Das ist irgendwie schneller in Erinnerung Ja auf jeden Fall war der Nachbar mit dem ich morgen in den Baumarkt fahr Um noch ein paar Sachen zu holen Und der hat einen Hänger im Großen deswegen Also nicht er hat Hänger sondern er hat einen Anhänger Und mit diesem Anhänger können wir dann die OSB Platten und so ein Zeug transportieren Deswegen gehe ich da gern mit dem So Ich wollte nochmal abklären dass wir auch bei Zeit gehen und nicht hier schlafen bis um 10 Weil sonst kommen die ganzen Langschläfer und überfüllen den Baumarkt Wunderbar Ach ist ja halt wie hier bauen das macht schon Spaß Im real life auch Vor allem ich will dass das Studio endlich mal fertig wird Das äh ja Ist zwingend notwendig Ok Block Das da weg Das da weg Das dahin Das dahin Gut Dann setzen wir hier rein Gehen können wir jetzt eh noch nicht Ist Nacht Also wir könnten gehen aber wir sehen ja nichts Die Viecher sind wahrscheinlich da aber wir sehen sie nicht Und wenn dann so ein Hirsch davon rennt oder so In die tiefe Nacht hinein in den Wald noch Dann ist es schwierig vor allem will dann eventuell Bären uns den Weg erschweren Oder versperren Das äh Könnte passieren So Alles drin Alles dran Alles dran Drum Drin 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 Ähm Ja kommen die 15 natürlich hier wieder rein 15 15 Übrigens Schwäbisch Gelb So Dreck auf Mauspatte hier Mausmappe Maus äh Na ihr wisst schon Mausgerödel Ähm Da könnten wir mal wieder was Was drinne tun Bisschen Kohle haben wir ja Ich muss mir angewöhnen E zu drücken anstatt Shift Zack 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 Rein damit rein damit rein damit Also so ein 64er Stack, der hält uns ziemlich lang. Nein, Ofen. Nein. Deckel zu, nicht Ofen aus. So, Barngeschichte. Machen wir eben schnell zu Platten-Geschichte. Was war es noch? Gold. Nein. Da war doch noch was. Wolfram war es. Nein, falsch. Hier. Zack, 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 zack. Eisen. Silber. Wolfram. So, dann die Klätze. Die Klätze, die Klätze, die Klätze. Nein. 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 Ja. So eine war es, ne? Ja. Okay, ähm, ich wollte noch kurz, ähm, ich wollte noch kurz, noch kurz, ist es noch dunkel, da hinten ist komischerweise heller. Aber das liegt an unseren Lampen, ja. Ich wollte noch kurz, äh, wir müssen auch noch die ganzen Lampen austauschen, ja, stimmt. Und Papier machen für eine Karte. Und Papier machen für eine Karte, ach, wir haben noch so viel vor, ei, 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 ei. Das will ich eigentlich alles machen, bevor ich oben ausbaue Aber irgendwie will ich halt auch oben ausbauen Aber zumindest Glasscheiben will ich vorher haben Dass wir das machen können Vielleicht sollte ich auch mal So eine Leiter mitnehmen Was wollte ich denn jetzt Herrschaftszeiten Ach ja Eine Cialozi Cialo, Cialozi Hier, da haben wir sie Die Cialozi Machen wir die hier offen Eisenstab, achtmal Ah, ah, Eisenstab Falscher Raum Haben wir vielleicht noch einen Stab? Ja, wir haben noch Eisenstab Sehr gut Eisenstab, einmal Cialozi So, zurück Schon wieder Zugabe Zack, Cialozi Wunderbar Gibt es hier eigentlich so eine Bilder und so Dekoration Hier gibt es hier gibt es Wasen Und Blumen In allen Farben und Variationen Mit oder ohne Pflanzen Mit oder ohne Pflanze Aha, aha Teppich Weihnachtsmänner Mit oder ohne Hut Und Statuen Oh, schön Schöne Pflanzen Großer, großer Blumentopf Kleiner Blumentopf Blumentopf-Eckig Kleiner Blumentopf-Square Wie klein Stein und Erde Wie klein ist denn der? Zwei Stein, zwei Erde Wer jetzt eh schon hier drin Gefangen sind Quasi Können wir auch ein paar Blumentöpfe noch Ich will schauen Ja Ich will schauen, ob man die auf die Fensterbank stellen kann Das sieht bestimmt lustig aus Den machen wir nur ein Oh ja Oh ja Oh wie geil Oh nice Das geht Das geht voll klar Boah Das geht voll klar Oh ja Vier Stück noch Und dann noch eine andere Farbe So, auch nochmal Vier Stück So, machen wir hier einen hin Hier einen hin Und hier einen hin Gute, der ist jetzt nicht so ganz sichtbar Hier eine auf die Seite Und dann haben wir hier nochmal welche Schön Ah, sieht doch schön aus hier Mit Blumen Ein bisschen fahren muss sein Schön So Hammer hier Das wird ja immer schnuckeliger hier Das wird ja immer schnuckeliger hier Das ist ja So Genug Stein haben wir auch Dann packe ich mal den Hammer wieder zurück Habe ich das Messer, habe ich wieder drin hier So gut So Wie sieht es aus mit Den Sachen Die sind auch fertig Wunderbar Was ist das hier? Wolfram So Soll ich jetzt Ach komm Scheiß drauf Äh Warum schnippen war ich das so? So Wolframplatten 42 Oh, Aluminium haben wir auch noch Haben wir auch noch Aluminiumplatte Ja, wenn es nur so einfach wäre Tick, 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 tick Und dann ist Dann ist Blattgau Nee, so einfach ist das nicht So Wunderbar Dann können wir los Am nächsten Tag Wie war das hier mit dem Papier Dafür brauchte ich doch so Zeug Ähm, so Fasern habe ich doch hier Hier reingedienst Stoff Stoff Baumwolle Na gut, im Endeffekt brauche ich jetzt gerade kein Papier Aber Solange es gerade noch so dunkel ist, könnten wir die Beleuchtung noch eben austauschen Das hier ist ein einfacher Das hier ist eine doppelte Das ist nur so eine Lampe Tischlampe Glühlampe und Eisenstab Für Leuchtstoffröhre Ich mache jetzt erstmal eine Tischlampe Dafür brauche ich Glühlampe Und die braucht Eisenstab und Wolframstab Also Das heißt, ich nehme mir Wolfram und mache daraus Stäbe Und Eisen und mache daraus Stäbe Und dann sollte es Und ein paar Platten brauche ich auch noch Wolframstab 192 Ne, dann machen wir mal Nur 80 Und Eisen Machen wir mal 30 So Dann sollten wir alles haben, was wir brauchen Zum Glück brauchen wir kein Glas Also eine Glühlampe Äh, nein Lichter So Hierfür die Tische Nicht Tischlampe Ah, ruhig in Schwarz Wenn wir jetzt auch gleich zweimal herstellen können Naja, egal Oh, die ist aber putzig Das ist ja eine putzig Kleine Lampe Aber finde ich echt nobel Dass man die hier so Auf den Tisch bauen kann Das ist okay So, dann bräuchten wir nochmal eine Glühlampe Dann stellen wir nämlich nochmal eine her Und die kommt Hier hin So Dann haben wir auch ein bisschen Licht bei der Arbeit Und die Sonne geht bald auf Sehr gut So, dann Äh, wie viele Deckenlampen haben wir denn? Eins Zwei Drei Vier Fünf Sechs Sieben Acht Neun Ich glaube ich mache mal zehn Stück So Sowas will ich auch machen Äh Rohstoffe Leuchtstoffröhre Ah, Kupfer brauchen wir da noch Eisen, Kupfer Kupfer, Kupferstab Kupferstab Äh Ne, dann nehme ich hier Mache ich mir frischen Kann die 24 Sollte reichen Kriegen wir glaube ich immer vier Stück raus, ne? Ja Sehr gut Sehr gut So, Lichter sind aus Leuchtstoffröhre Was habe ich gesagt? Zehn Stück Mit dieser einen Elf Ah, und wir brauchen sowieso zwei für diese Lichter da Die haben zwei, glaube ich Die hier Gibt es die nicht in einer anderen Farbe? Was ist das denn da? Ach, das sind die Röhre nur Die kann man nämlich hier hin machen Dann hat man hier noch mehr Licht Das ist gar nicht schlecht So, und dann Hier, Deckenlampe Braucht zwei, tatsächlich So, also Davon zehn Stück Das heißt, wir brauchen nochmal Hier erstmal Erstmal Rohstoffe Leuchtstoffröhre Nochmal zehn Lichter Hey, die hier braucht auch zwei Obwohl sie so flach ist Komisch Und die gibt es nur in dieser einen Farbe Na gut Zehn Stück Herstellen So, du hier Weg Und die hier hin So, du hier Weg Und du hier hin Weg Und hin Weg Und hin So, dann versuche ich die Halbwegs gerade Zu machen Also von der Ausrichtung her Ofen können wir ausmachen So, die machen wir ein bisschen weiter hier hin So, soll ja nicht aussehen wie in einem Büro Sehr schön Na, nimm sie weg So, hier mache ich die auch wieder in die Mitte Hä, habe ich mich verzählt? Ey, ich habe mich verzählt Ist denn das die Möglichkeit Ih Was für Nebel Ist denn das die Möglichkeit Rohrstoffe So Zweimal Lichter Einmal So Deckenlampe platziert Dann würde ich aber so eine hier auch noch hinbauen wollen Das heißt Rohstoffe Leuchtstoff Ich habe gerade überlegt, ob ich schon einfach im Voraus produzieren sollte Aber Nö Das lohnt sich nicht wirklich Da schreit's Ähm Hä? Warum habe ich da noch eine übrig? So Warum habe ich hier Ich habe noch zwei übrig Bitte was? Warum? Ich dachte ich hätte Hä? Egal Dann mache ich noch hier eine rein Ist das komisch Hier sind drei Hier sind zwei Oh, hier noch eine Was Hier so Komisch Hä? Warum hatte ich so viele? Das ist ja merkwürdig Gut, hier habe ich acht Stück von denen Die sind eigentlich ziemlich hässlich Von dem her Kisikowski Gut Wunderbar Dann wird doch das hier So langsam echt richtig schick Schick und Schickelig Richtig schön flauschig So, dann die Stäbe Wieder zurück Gold Kupfer 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 Mache ich auch nochmal gleich Platten draus. Aluminiumplatte. Zack. Zack, bumm. Und die kommen hier rein. So. Dann könnten wir eigentlich jetzt schon jagen gehen. Ich meine, die Folge ist jetzt eigentlich vorbei. Das sollten wir also eigentlich in der nächsten Folge machen. Gefällt mir nicht das Wetter. Absolut nicht. Hier wollte ich nochmal schauen. Rohstoffe, Handfasernstoff, Reittiere, Sattelpferd. Ein Sattel für Pferde wird benötigt, um auf Pferden zu reiten. Dafür brauchen wir Leder, Eisenstab und Stoff. Optionale Tasche für Pferdesättel bietet Stauraum. Sattel für Esel. Satteltasche für Esel. Und Sattel für Kamel. Und Satteltasche für Kamel. Kleidung. Ne, hier gibt es nur Kleidung. Ich dachte, hier gibt es vielleicht Teppich oder so. So, das heißt aber, wir brauchen einen Unterstand für unser Pferd. Wir haben den oberen Stock noch nicht fertig und ich will schon einen Unterstand für das Pferd bauen. Aber wir brauchen schon irgendwie einen Stall. Wo das Pferd drin steht. Oder wir nehmen den Sattel dann wieder runter und lassen das Pferd dann wieder. Wieder ziehen. Könnte man eigentlich. Ich bin mir nicht sicher. Aber den Sattel, den könnten wir theoretisch, könnten wir doch den schon machen, oder? Äh, Quatsch. Hier. Hier bräuchte ich auch noch eine Lampe. 16 Leder, 8 Eisenstab und 4 Stoff. 13 Leder. 4 Stoff hätten wir, aber nur 13 Leder. Ähm, wie sieht's aus mit Kleidung, Hosen, Militäri. 16 Leder auch. Und 32 Stoff. Also brauchen echt viel Leder. Aber da ist halt echt kein schönes Wetter. Weh. Höhle. Gefällt mir nicht, wie die hier drin stehen. Hier unten weiter. Hier unten weiter. Hm, die kann man nur drehen, aber ich hätte die gern gerade. Ja. Ja. Gut. Steht jetzt genauso wie davor. Ach, das ist unsere tiefe Höhle. Okay. Ja, das ist die richtig tiefe Höhle. Da könnte ich mal ein Schild bauen. Und hier wollte ich noch die hier wegmachen und da Dinger-Slaps hinmachen. Wobei ich es eigentlich auch so lassen kann. Ah, sieht schön aus mit den Blumen. Nur ohne Fenster ist das schwierig hier. Da ist zum Beispiel so ein Pferd. Ah, ist das ein Wetter. Ja, gut. Zum Jagen bräuchten wir ein Fernglas. Und unseren Dingens da. Spionage. So. Ja, wunderbar. Wo mache ich denn eigentlich die Treppe hin? Habe ich noch gar nicht überlegt. Ich habe hier alles fröhlich zugebaut. Aber ich sollte auch irgendwo nach oben gehen. Wohl am ehesten hier so, hä? Dann müsste ich das Gerbgestell woanders aufstellen. Das passt doch bestimmt hier noch rein, oder? Ja. Ja. Ja, passt doch das. Wunderbar. So, dann würde ich nämlich hier eine schöne Treppe hinmachen. Mit schönem Stein. Könnte ich schon mal die Stufen bauen dafür. So, aber diesmal Stein, Ziegel, Sandstein, Pflaster, Stein, Lehm, Marmor, Holzblöcke, Holzplanken, Stein, Fliesen. Okay, nein, nein. Asphalt, Beton. Beton, Platte, na. Verrückt. Aber nein. Stahlbeton. Aber nein. Putz, Fliesen, Marmor, Fliesen. Aber was machen wir denn für eine Treppe? So, könnte ich gleich mal machen. So oder so? Na, lieber so. So. So was hier. Nee. Ah, so was hier. Das sieht doch gut aus. Oh ja, das sieht gut aus. 64 Stück. Ah, nee. Mal nicht so viel. Mal nur 20. Wie wäre das denn dann? Wir würden quasi hier hochgehen. So. So. Ach, jetzt regnet es auch. Ja. Mit Gewitter. Gewitter. Mit Gewitter. Wo war denn das Gewitter? Das ist irgendwie, ich weiß nicht. Finde ich nicht schön. Da mache ich zu. Wo kommen die fertigen Strukturen rein? Da will ich gern zu machen. Zehn Stück mal. So, dahinter ist mein kleines Verlies. Oh. Oh, oh. Boah. Zum Glück. Huh. Zum Glück kam ich da jetzt wieder raus. Ähm, gibt es hier Geländer? Geländer, Geländer, Geländer. Äh, iiih, warum ist hier offen? Ah, kommt da dieser Spaten rein? Ähm, 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 Bauelemente, Holzbalken, Holzstamm. Holzstamm gibt's. Leitern. Geländer. Hier gibt's sogar Geländer. Ich glaube, ich spinne. Gitter. Gitter. Lüftungsschacht. Unfassbar. Da können wir sogar die Fenster vergittern. Das ist kein schönes Geländer. Handlauf schräg. An der Wand dran. Und das hier ist nicht an der Wand dran. Lass mal sehen. Holz. Weiß. Nee, dann nehme ich das Holz mit diesem Metall. Ah, Sheet, Holz und Eisenstab. Ähm, ja gut, dann, ähm, machen wir jetzt erstmal Folgenpause. Ist ja auch schon jetzt wieder ziemlich weit drüber. Ähm, dann hebe ich mir das für morgen auf. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn's wieder heißt. Time to play hier bei Rising World. Bis dahin, meine Freunde, macht's mir gut. Tschüss. Vielen Dank.